Gerade hier in diesem Areal haben wir sehr gute Erschliessung, es ist nach an der Autobahn, es gibt eine neue Erschliessungsstrasse, die wir jetzt am Planen und am Bauen sind. Es ist ein Ort zur Stadt, aber es ist auch ein Ort zu anderen wichtigen Gebieten. Also Standortqualitäten sind hier gerade im Baselbiet, in diesem Gebiet sehr gross. Das Projekt ist auf Privat-Initiativen entstanden, wie aussergewöhnlich ist das? Das ist sehr erfreulich, selbstverständlich, wenn es eine alltagsessene Familie ist mit einer alltagsessenden Firma, wo es ja daraus entstanden ist. Und wir freuen uns sehr, dass sie den Mut gehabt haben und auch den Willen, zu investieren und gratulieren und wünschen auch viel Glück.